Wie Schwarzkümmel alle Krankheiten zerstört Schwarzkümmel hilft bei verschiedenen Arten von Erkältungskrankheiten. Er ermöglicht es den Bestandteilen entsprechender Medikamente, ihre Wirkung an den von Hitze oder Trockenheit betroffenen Stellen zu entfalten. Indem er dem Körper hilft, die Medizin schnell aufzunehmen, unter der Voraussetzung, dass die Dosierung des Schwarzkümmels gering ist. Schwarzkümmel ist stark erwärmend und trocknend. Er beseitigt Blähungen, hilft bei der Ausscheidung von Würmern, Linderung von Lepra, Fieber mit Schleimbildung und er löst Verklumpungen in den Arterien auf und lindert angesammelte Magengase. Wenn er gemahlen, mit Honig vermischt und mit warmem Wasser getrunken wird, löst er Nieren- und Prostatasteine auf und wirkt harntreibend. Er erhöht den Menstruationsfluss und trägt die Milchproduktion bei Frauen an, wenn er über mehrere Tage eingenommen wird. Zusammen mit Essig erhitzt und auf den Bauch aufgetragen, beseitigt er Würmer. Wenn er mit feuchtem oder heißem Bitterapfel-Extrakt, Handtol, vermischt wird, ist er noch effektiver im Kampf gegen Würmer. Als Pulver in ein Tuch gegeben und regelmäßig durch die Nase inhaliert, klärt und lindert er Erkältungssymptome. Schwarzkümmelöl hilft bei Schlangenbissen, Hämorrhoiden und Leberflecken. Wenn man etwa 4,68 Gramm mit Wasser trinkt, hilft diese Mischung bei Keuchen und Atemnot. Wenn man die Samen mit Essig aufkocht und damit den Mund spült, lindert dies Zahnschmerzen, die durch Kälteempfindlichkeit verursacht werden. Wenn man pulverisierten Schwarzkümmel als Verband mit Essig auf lebröse oder schwarzpigmentierte Haut oder schuppige Kopfhaut aufträgt, hilft dies, diese Beschwerden zu lindern und chronische Schleim und harte Tumore abzubauen. Schwarzkümmelöl lindert Gesichtslimmungen, wenn es durch die Nase eingenommen wird. Gerösteter, pulverisierter Schwarzkümmel, der in Öl eingeweicht und als Nasentropfen, 3 bis 4 Tropfen, verabreicht wird, hilft bei Erkältung und starkem Niesen. Wenn er verbrannt wird und die Asche mit Geschmolzenemwachs und Henner- oder Schwertlilienöl vermischt wird, bietet diese Mischung Linderung bei Beinulzerra. Zuvor sollte die Haut mit Essig gereinigt werden. Wenn Schwarzkümmelöl durch die Nase verabreicht wird, wirkt es gegen Gesichtslimmungen und Tetanus, indem es die Ursachen behebt. Wenn Schwarzkümmel verbrannt wird, vertreibt es giftiges Ungeziffer. Schwarzkümmel hat noch viele weitere Vorteile, um dies zu erfahren folge bitte mein Kanal.